Was sind die meisten Leute, die auf YouTube Videos gucken, YouTuber, oder nicht? In meinem Bekanntenkreis jedenfalls schaut sich fast niemand Videos auf YouTube an. Auch meine Videos sehen sich nur weniger an und meist muss ich dazu auffordern. Du, hast du schon meine neuen Videos geguckt? Die Leute, die ich kenne, haben entweder Probleme mit dem PC, dem Server, dem Internet, eventuell auch mit dem Stromanbieter. Jedenfalls wäre das mal eine originelle Ausrede. Sie sind angeblich computermüde am Feierabend oder am Wochenende, am Feiertag auch und in den Ferien, sitzen dann aber abends vor dem PC, um E-Mails zu schreiben oder am Smartphone, um SMS und WhatsApp-Nachrichten zu schreiben, über Dinge, die sie auch in einem kurzen Telefonat mitteilen könnten. Sie sitzen vor der Glotze und haben daher keine Zeit, sich Videos auf YouTube anzuschauen, denn im Glotzomaten tut sich stets Spannendes. Wenn ich mir dann aber das Programm ansehe, dann frage ich mich, was? Die andauernden Filme über die Schlechtigkeit mancher Menschen im Tatort um 20.15 Uhr auf ZDF, dem auf ARD, dem um 22.15 Uhr? Oder ist es Schlag den Rab, such den Star, hol ihn raus oder die Doku über die geklonte Maus? Oder ist es der noch nie ausgestrahlte Film Pretty Woman oder Kevin allein zu Haus? Wie verkrafte ich den Schimmel im Haus oder Frauentausch? Kochen mit Tim und während dem Abendessen dann der Supersport darüber, wie Hämorrhoiden endlich Frieden geben und wenn man Blasenschwäche hat und dann lacht oder niest, nicht gerade Angenehmes im Slip geschieht, wozu es eine Binde gibt, die wirklich niemand sieht. Guten Appetit! Also frage ich mich, vielleicht sollte ich ein paar Morde in meine Videos einbauen und ein paar Promis im Wald verstecken, die Schnecken im Garten zu Monsterschnecken klonen, Kochrezepte als Video und dann vertonen? Oder ein paar Werbeclips einbauen über Kaktou akut und Hämorrhoiden geben Frieden oder dem Gemüse aus der Kotzda-Schale, denn Kotzda ist für alle da? Oder sind wir einfach zu alt für YouTube mit über 40 oder über 50? Und sind Videos einfach völlig uninteressant, wenn man sich nicht selber beim Sprechen filmt oder beim Schminken? Und sind Videos einfach völlig uninteressant, die nicht das Fernsehprogramm widerspiegeln? Will man hier wirklich dasselbe sehen, nur in viel schlechterer Variation? Will man wirklich nur aufgebauschte Pseudosensationen sehen? Ist das wirklich wahr? Dann sagt es mir, denn ich kann das nicht verstehen. Sagt mir, sind meine Videos wirklich so schlecht, dass sie keiner sehen will? Sind die wirklich so schlecht, sagt es mir. Sagt es mir einfach. Denn ich verstehe nicht, warum die Daumen oben sind, aber niemand sich meine Videos anschaut. Besser gesagt, so viele Daumen sind gar nicht oben, weil um den Daumen oben zu lassen, muss man ja hier angemeldet sein. Und das sind ja viele Menschen auch nicht. Und dieses Video hat optisch nicht viel zu bieten, aber hier ging es um eine Frage. Mehr nicht. Ich war wirklich froh über ein paar Tipps und Meinungen, denn momentan ist mir die Motivation ein bisschen ausgegangen. Danke fürs Zugucken, fürs Zuhören besser gesagt und viel Spaß noch beim Monsterschnecken gucken. Das war jetzt böse, okay. Aber momentan bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht, auch von den verschwindenden Klicks. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Videos mehr geguckt werden, wenn sie ein ansprechendes Thumbnail haben. Ich finde, das ist ein bisschen viel verlangt, da noch Thumbnails zu machen. Es geht doch um die Videos, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Ich werde jedenfalls eine Pause einlegen und nicht mehr so viele Videos machen, mir überlegen, ausdenken, Zeit dafür investieren, dafür, dass sie sowieso fast niemand anschaut. Leider. Wie auch dieses Video. Spreche mit mir selbst. Oh mein Gott. Ich habe, weiß Gott, genug zu tun. Aber das Video machen kann hier echt zur Sucht werden. Ursprünglich habe ich sie sowieso nur begonnen, um Werbung für meine Bilder zu machen. Und dann ist eine Leidenschaft entstanden, die bald schon dabei ist, Leiden zu schaffen. Und das will ich nicht zulassen. Dazu macht das Ganze viel zu viel Spaß. Gib mir so sehr kurz zu schauen, Das ist jetzt ein kas. Das ist das ganz gut. weil du, das ist das mal. Frau, das ist das mal. und das ist das mal, ja, das ist das mal. Wir kommen. Und das ist das mal. Das ist das mal. das ist das mal. Ja, Vielen Dank.